Haben die sich nur darum Sorgen gemacht? Jungs, Filme und welcher Rock zu welchem Shirt passt? Das ist schräg. Steh auf, wir gehen, komm. Und wenn ich nicht will? Weißt du überhaupt, was dein Leben bedeutet? Hä? Einfach weglaufen, dich selbst in Gefahr bringen? Das ist ziemlich bescheuert. Na, dann sind wir wohl beide voneinander enttäuscht. Was willst du von mir? Gib zu, dass du mich die ganze Zeit loswerden wolltest. Tommy kennt das Gebiet besser als... Ah, ich giss es! Tut mir leid, aber ich vertraue ihm mehr als mir selbst. Hör auf mit dem Scheiß! Wovor hast du solche Angst? Dass ich so ende wie Sam? Ich kann mich nicht infizieren! Ich komme gut zu dir... Wie viele Beinerunfälle hatten wir schon? Na, bis jetzt ist es doch ganz gut gelaufen! Und ab jetzt läuft es noch besser mit Tommy! Weißt du, ich bin Cassie. Maria hat mir von Sarah erzählt. Ellie! Du bewegst dich hier auf verdammt dünnem Eis! Es tut mir wirklich leid für dich, Joel. Aber ich habe auch jemanden verloren. Du hast keine Ahnung, was Verlust heißt! Alle, die mir wichtig waren, sind entweder gestorben oder abgehauen. Alle? Außer dir, verdammt! Also sag nicht, dass ich bei jemand anders sicherer bin. Denn das macht mir einfach nur noch mehr Angst, verdammt! Du hast recht. Du bist nicht meine Tochter. Und ich bin ganz sicher nicht dein Dad. Und ab jetzt gehen wir getrennt der Wege.